Die Überhandschlaufe ist ein einfacher Schlaufenknoten, der früher benutzt wurde, um Wagenladung zu befestigen. Dann hat man einfach die Schlaufe in den Haken am Wagen selbst eingehängt und mit den beiden Enden dann weiter die Ladung verzurrt. In einer Leine legt man eine Bucht und macht mit dieser Bucht einen normalen Überhandknoten. Fertig ist die Überhandschlaufe.